Meine Damen und Herren, es ist kein leichter Weg vom gefeierten Song-Contest Schätzchen der Nation zur ernsthaften Singer-Songwriterin. Sie hat es in weniger als zwei Jahren bravourös geschafft. Das ist ihr famoses neues Album Stardust und hier ist die Künstlerin selbst, die atemberaubende Lena. Also wenn ich was sagen darf, du riechst wahnsinnig gut. Du riechst wirklich wahnsinnig gut. Das habe ich beim Daniel nicht gesagt, der war natürlich auch sehr gut. Aber ich behaupte, bei ihr ist es so sein Eigengeruch. Ja, ich glaube auch. Nein? Ist dein Eigengeruch eher sauer? Eher streng, ja. Glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, es ist Chanel Mademoiselle. Der Eigengeruch und was ist das Parfum? Liebe Lena, möchtest du einen Wein haben? Sehr gerne. Lena, du reist ähnlich viel wie Daniel. Hast du auch Flughafenangst? Kannst du das nachvollziehen? Nein, ich habe keine Flughafenangst, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann jegliche Angst sehr gut nachvollziehen. Ah, das ist interessant, sehr sympathisch. Welche Ängste hast du? Ich versuche mich eigentlich immer gegen Ängste zu wehren, aber was habe ich denn für... Ah, ich weiß, ich habe Angst vor Schneidern. Schneidern? Aber nicht vor Schneiderschneidern, sondern vor den Tirenschneidern. Was sind die, das sind die, in Österreich heißen die anders, du weißt es vielleicht. Was sind Schneider? Das sind Insekten? Mit den langen Beinen. Ja, genau. Mit den langen Beinen, die so... Was sind Schneider? Die sind in der Badewanne immer. Und die fliegen so... Bei dir in der Badewanne? Schnaken. Schnaken, genau. Schnaken. Also, Kukarachas oder was? Na, Kukarachas gibt es nicht, das ist ja eine Urban Legend. Wie heißt das denn? Schnaken. Schnaken, sagt man nicht den Löser. Schneider, es heißt Schneider. Er ist mir doch. Weberknecht. Achso, Weberknecht. Echt? Achso, also die klassische Angst vor ein kleines Tier mit langen Beinen. Nee, ich spinne nicht, mir überhaupt nicht, ich spinne nicht, aber die sind mir zu schnell und zu hektisch. Sind sie dir auch zu dünn? Angst vor Glöckler. Was? Kennst du Harald Glöckler? Angst vor Schneidern. Das ist viel plausibler. Angst vor Schneidern. Hast du ihn mehr kennenlernen müssen, Harald Glöckler? Nee, aber man trinkt nicht, bevor man angeschaut. Ich wusste nicht, ob wir jetzt anstoßen, ob wir es tatsächlich machen wollten. Liebe Lena. Tuss. Cheers. Du bist heute hier in Wien angekommen, das ist, glaube ich, dein erster Auftritt in einer Talkshow in Österreich. Das ist richtig. Wir sind sehr stolz darauf, dass du hier bist. Bist du enttäuscht bis jetzt? Bitte? Gefällt es dir bis jetzt? Es gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Ich muss ehrlich sein, ich habe eure Sendung noch nie von alleine geguckt. Das klingt so, als wäre ich immer gezwungen worden. Nee, also man sagt ja, wir kommen in Österreich und dann guckt man sich das an und dann denkt man ja oder nein. Und als ich es meiner Mutter erzählt habe, die prompt reagiert, ja, sofort, weil die ein total großer Fan von euch ist. Aber oft will man ja gegen das Elternhaus opponieren. Nee, ich nicht. Aber es freut uns sehr, dass du hier bist. Wirst du in Wien auch auftreten mit deinem neuen Programm? Wahrscheinlich nicht, nee. Weil es dich nicht interessiert? Nee, weil die Booking-Firma das irgendwie so geplant hat. Ich glaube, dass es viele Fans gibt hier in Wien. Ich würde es auch sehr gerne machen. Aufruf an die Booking-Firma, plant doch ruhig mal ein Konzert in Wien. Ich würde es sehr gerne machen. Ja, was mich interessiert. Ernst gemeint. Ja, bin ich auch gut. Ich muss dich das nochmal fragen. Ich weiß, du wirst aber nicht mal angesprochen werden drauf. Verstehe ich auch. Aber diese Wandlung, was ja irgendwie so herumgeistert in den Gazetten, von dem sympathischen Frechdagsgesicht des Song Contests hin zur komplett ernsthaften Künstlerin, ist dir ja sehr schnell gelungen. Sag irgendwas. Was soll das denn? Das ist so wie bei Frank Elstern. Sag irgendwas. Er hat auch ein Glasauge übrigens. Aber ein sehr, sehr gutes. Danke, Lena. Man sieht es kaum. Danke, Lena. Entschuldige, bitte. Du hast recht. Man muss es fragen. Entschuldige. Das gehört sich einfach nicht. Entschuldigen, das gehört sich nicht. Ja, sag's ja. Sag ihm, dass sich das nicht gehört. Es gehört sich nicht. Ja, wirklich. Entschuldige, ich weiß, ich bin Gast in diesem Land. Es gehört sich nicht. Inwieweit, was ich fragen wollte, Entschuldige auch dir, Daniel. Was ich ja von dir weiß, ist, sind das deine Musik... Lena, hörst du mir zu? Bitte, ich höre dir zu. Also, inwiefern, was dich jetzt interessiert, ist... Ja, erstens, du hast die Lieder alle hier selbst geschrieben. Ja, unter, nee, drei Stück habe ich nicht selber geschrieben, aber... Ja, aber in Wahrheit ist das sozusagen unter deiner eigenen Ägide gelaufen. Das ist richtig. Und das ist ja, sagen wir mal... Gut, du machst es gut. Wenn da dauernd reingelacht wird in meine Fragen, brauche ich keine Fragen mehr stellen. Ich habe mich gefreut, weil du es gut machst. Nein. Ich habe so unterstützt. Nein, es war ehrliche Freude. Es war Freude. Frag du weiter. Entschuldigung, Lena, ich möchte mich gerne nachlesen und mich unterhalten. Bitte, ich möchte mich auch sehr gerne mit dir unterhalten. Nein, aber das geht mir auf die Nerven. Bitte, der Christoph wollte fragen, wie war das so? War sie vom Song und des zur ernsthaften Song? Nein, genau so wollte ich es eben nicht formulieren, aber wenn du auf RTL 2 weitersenden willst, kannst du so fragen. Ich bin bereit für deine intellektuell sehr anspruchsvolle Frage. Machen wir gerne nach der Sendung, wenn du noch kurz da bist, würde ich mich sehr freuen, aber ich klicke mich jetzt aus der Sendung aus. Ich möchte mich auch bei Herrn Kehlmann entschuldigen. Ich kann nichts für meinen Partner. Alles für die Show. Nein, nichts für die Show, Lena. Nichts für die Show, sondern alles real. Okay, entschuldige bitte. Ich höre dir sehr gespannt zu. Liebe Lena, du hast den Sprung vom Songkondest-Sternchen. Zur gefeierten, erwachsenen Singersong-Writerin innerhalb von zwei... Jetzt geht es wieder los. Nein, aber das... Dann befinden wir uns in einer Schleife. Das ist die Geschwindigkeit. Ja, aber die Fragen brauchen auch manchmal eine gewisse Zeit. Nicht immer nur... Du bist ja schön. Dann lasst sie mich fragen. Du bist so wie ein Moderator nach einem Schlaganfall. Ich halte sie hier. Ich finde es nicht so einfach, sich sozusagen zu emanzipieren von so einem Riesenunternehmen, das hinter einem steckt, zu einer Künstlerin, die für sich allein dieses Produkt herstellt. Das ist ja nicht so einfach, weil dauernd Menschen auf dich eingeredet haben, nehme ich mal an. Ja, mach schon wieder Faxen wahrscheinlich hinter mir, ne? Nee, aber ich höre dir sehr gespannt. Genau, weil du ein intelligentes Wesen bist. Drei gibt's hier am Tisch. An diesem Tisch sind zwei Leute, du Koffer. Also ich glaube, ich spinne. Ich kann überhaupt nichts sagen. Dann lass sie doch auch mal antworten, wenn dich das interessiert. Frage, ganz konkrete Frage. Wie sehr musstest du dich wehren gegen Promotion-Vorhaben, gegen fiese Manager, die in dein Leben eingreifen wollten? Und wie sehr musstest du dich die Kraft aufbringen, dein Ding durchzusetzen? Wehren muss ich mich eigentlich gegen gar nichts, außer gegen mich selber. Ich war, ich bin müde gewesen irgendwann, dann habe ich ein bisschen geschlafen, so zwei Monate circa. Und dann habe ich Kraft und Energie geschöpft und ein neues Album gestartet. Und verrückterweise oder tollerweise haben mich tatsächlich alle dabei unterstützt. Das ist auch geil, dass du den Wein aus so einem Glas trinkst, ne? Ja, um zu verschleiern, dass es weinig ist. Damit richtig viel reinpacht. Es ist natürlich nur Apfelsaft. Das ist eine gute Frage. Drogen, Alkohol spielen in deinem Leben eine Rolle. Muss ja auch zu einer ersten Biografie einer Popkünstlerin, gehört das ja. Also Alkohol spielt in dem Sinne eine Rolle, dass ich das gerne, dass ich trinke sehr gerne Weißwein. Aber von Drogen rate ich mir und anderen ab. Wieso? Bin ich kein Freund von. Sie ist unter anderem die Neuinterpretin des Sesamstraßen-Songs. Kannst du es kurz ansingen für alle von uns, die wir das so lieben? Ja, natürlich. Ich kann einen Text sagen. Natürlich kann ich das. Würdest du es auch machen? Wer, wie, was? So fängt es an. Wer, die, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und es lachen im Hintergrund sehr, sehr viele kleine Kinder. Und es kommen lustige Spiral-Geräusche. Da kommt viel zurück von diesen lachenden Kindergesichtern. Was mich interessiert, ich habe euch im Vorfeld beobachtet, ihr beide, Daniel Kehlmann und Lena, ihr kennt euch. Ja. Warum? Warum? Möchtest du die Geschichte erzählen? Na, erzähl nur. Es ist ja nichts Unseriöses. Nee, es ist überhaupt nicht. Nein. Ihr habt euch beim Kotzen im Fluxer kennengelernt. Nein, nein, nein. Ich war bei einem Vorsprechen für einen Film bei einem Regisseur, der in der Produktionsfirma von Detlef Buck und Herrn Boje gesessen hat. Und dann saß der nette Kollege hier neben mir in einem anderen Raum, wo ich reingegangen bin, um Herrn Buck einen wunderschönen guten Tag zu wünschen. Und da haben wir uns getroffen, ohne dass wir wussten, dass wir beide da sind. Okay. Ich habe sie schon erkannt, natürlich. Aber du, ja, das ist nicht gut. Hast du ihn erkannt? Nein. Warum auch? Das Gesicht des Schriftstellers versteckt sich hinter den Büchern. Das ist ja auch das Schöne dran. Ja, absolut. Ja, aber darum, du tauchst ja im Film auch auf. Ja, aber da war der Film ja noch nicht. Ja, außerdem für 30 Sekunden. Aber du hast sie sofort erkannt? Ja, natürlich. Warst du so wie wir alle ein bisschen verliebt damals in sie? Und bist du es noch immer? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh. Wir alle sind verliebt in Lena und freuen uns wahnsinnig darauf, dass Lena für uns jetzt auch noch was singen wird. Aus dem großartigen Album Stardust wird Lena jetzt ASAP. Ja. As soon as possible. Ich darf dich bitten, liebe Lena, schon auf die Bühne zu gehen. Herzlich gerne. Mit wem wirst du es gemeinsam machen? Mit deiner Gitarristin? Mit meiner Gitarristin. Mit der famosen Gitarristin? Der Jennifer. Der Jennifer. Und ich darf mich herzlich bedanken für deinen lieben Besuch. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Recht, herzlichen Dank. Und vielen Dank, Daniel Kehlmann für Sie sein. Dankeschön. Dankeschön euch beiden.